Andrzej Szczepiowski Anhöreni war ein polnischer Schriftsteller, der nicht nur durch sein literarisches, sondern auch durch sein politisches Engagement Bedeutung erlangte, Leben. Szczepiowskis Werk erklärt sich aus seinem Lebensweg. Aufgewachsen in einer vom Bildungsbürgertum geprägten Familie, erlebte er als 1,5-Jähriger, wie deutsche Polen Besetzten. Während dieser Zeit studierte er an der Untergrunduniversität, die sein Vater Adam, ein sozialistischer Historiker und Mathematiker, mit organisierte Namen Andrzej Szczepiowski am Warschauer Aufstand teil, wurde gefangen genommen und im KZ Sachsenhausen interniert. Nach dem Krieg arbeitete er zunächst als Journalist, 1955 begann er seine literarische Tätigkeit. Unter dem Pseudonym Mauritius Andrzej Szczepiowski schrieb er einige Kriminalromane. Ab 1977 veröffentlichte er zunehmend in Oppositionszeitungen und war in dem Oppositionellen Komitee zur Verteidigung der Arbeiter aktiv, was nach Ausrufung des Kriegsrechts im Dezember 1981 zu seiner zeitweiligen Internierung führte. Nach der politischen Wende in Polen 1989 bekleidete er als Vertreter der Unia Demokratizna bis 1991 die K-Sekunden-Amt eines Senators in der Zweiten Kammer des polnischen Parlaments. 1989 wurde ihm der Nelly Sachs-Preis und 1995 der Andreas Grefius-Preis verliehen. Bis zu seinem Tode im Jahr 2000 äußerte er sich immer wieder zur politischen und moralischen Entwicklung der Dritten Polnischen Republik. Die neuesten Forschungen des Polnischen Institutes für Nationales Gedenken, das sich mit der Aufarbeitung der Geschichte der kommunistischen Herrschaft in Polen befasst, haben erbracht. Das SZC Zypiewski seit 1955 mit dem polnischen Staatssicherheitsdienst Slas Bebic Pieczentwa zusammengearbeitet hat. Die Details dieser Zusammenarbeit wurden im Film von Gregors Braun R. Atado Biografie aus dem Jahr 2007 vorgestellt. Werk Seine mit vielen Leiden verbundenen Erlebnisse während des Weltkrieges verarbeitete Andrzej SZC Zypiewski in seinen Werken, wobei er einen besonderen Schwerpunkt auf seine Heimatstadt Warschau legte. Das Warschau der Vorkriegszeit erscheint als die schöne, auch vom Judentum geprägte, Vergangenheit. Die dann von der deutschen Besatzungsmacht zerstört wurde. Da Gott in dieser Zeit nicht eingegriffen habe, schloss er auf die grundsätzliche Abwesenheit Gottes in der Geschichte. SZC Zypiewski setzte sich schon früh für die deutsch-polnische Aussöhnung ein, da er, tief mit der deutschen Literatur verbunden, die Deutschen, die er als Unterdrücker und Mörder erlebt hatte, nicht nur verurteilte. 1990 wurde er mit dem Kunst- und Kulturpreis der deutschen Katholiken ausgezeichnet. 1995 erhielt er für seine Bemühungen um die Aussöhnung zwischen Deutschen und Polen das große Verdienstkreuz mit Stern der Bundesrepublik. Deutschland 1998 war er Dozent im Rahmen der Tübinger Poetikdozentur. Angier SZC Zypiewskis bekanntestes Werk ist der 1986 erschienene Roman Porchatek, der in Deutschland unter dem Titel Die schöne Frau Seidenmänn veröffentlicht wurde. Hier schildert SZC Zypiewski verschiedene Schicksale von Opfern und Tätern in den Jahren 1941 bis 1943 in Warschau in kleinen, unabhängig voneinander stattfindenden Episoden. Dabei wirkt er keineswegs moralisierend oder schuldzuweisend, auch versäumt er es nicht, Brücken in die Gegenwart zu schlagen und das Verhalten der Protagonisten in der Zukunft im sozialistischen Polen zu hinterfragen. So wird die jüdische Heldin, die den Krieg überlebt, 1968 selbst Opfer antisemitischer Politik polnischer Kommunisten. Die Messe für die Stadt Arras erschienen 1971 wird von dem Genter Fürstbischof David zelebriert. An sie schließt sich ein großes Volksfest des Vergessens und Verdrängens an. Mit der Messe verbunden ist einerseits die Annullierung aller gegen Hexen und Ketzer gefällten Todesurteile und andererseits die pragmatische Begnadigung ihrer Verfolger, die unter der Führung des Stadtoberhauptes von Arras des christlichen Fanatikers Pater Albert gewütet hatten. Vorausgegangen war eine Pestepidemie in der Stadt, in deren Folge die Bürger in religiösen Wahn verbunden mit Hexenverfolgung, Menschenverbrennung, Kannibalismus und Judenpogromen verfielen. Jean, der in der Stadt als Helfer Pater Alberts diese Geschehnisse teils fördert, teils kür registriert, wendet sich zum Schluss von Arras und David ab und sucht in Brügge eine neue, beste aller Welten. In der Rückschau dem Rat der Stadt und dem Leser von seinen Zweifeln berichtend, Wirkung. Seit 2000 wird von der Polska Fundacja Giaci M. Loschiasi, deren Präsident er war, im Gedenken an ihn der Andrzej SZC Zypioski Preis vergeben. Er wird an Menschen vergeben, die den größten positiven Einfluss auf ihre soziale Umgebung hatten. Der erste Preis ging 2000 an Marzena Lotisch, die Präsidentin von Stowazis Zini Edukazia Inace. Im Oktober 2006 wurde mit dem Haus SZC Zypioski in unmittelbarer Nähe zum KZ Sachsenhausen eine internationale Jugendbegegnungsstätte eröffnet, die sich die Begegnung und Verständigung mit Polen zum Hauptziel gesetzt hat. Das Haus SZC Zypioski befindet sich in der ehemaligen Dienstvilla von SS-Infizier Theodor Eicke, der verschiedene leitende Positionen in Konzentrationslagern ausübte, Bibliografie. Die deutschsprachigen Ausgaben wurden alle im Diogenes Verlag Zürich publiziert. Unten sind die aktuellen ISBN angeführt. Europa ist unterwegs. Eine Messe für die Stadt Arras, Zürich 2000 ISBN 978-3257-224146. Anderen Ortes veröffentlicht Pistole und Würde. Texte zum sechste Wirt Literaturpreis Konkurs Buch Tübingen 1999 ISBN 978-3887691431. Beiträge erschienen in »Über die Grenzen hinaus«. Die Verführungskraft des Totalitären. Die Geschichte ist nicht zu Ende. Gespräche über die Zukunft des Menschen und Europas. H.G. Über Tugend und Werte.